Bjarne, bist du bereit für das Gym? Ah ja, safe. Perfekt. Bjarne, was trainieren wir heute? Beine. Yes, man. Drück Junge, drück jetzt. Jetzt wärme ich dich gerade auf, Alter. Ja, ne neuer PR mit 10 Kilo, was ein Biest. A, schwer und B, falsch und C, viel Lebensziel, funktioniert 100%, aber das wär ein bisschen dicker Arm. Sonst noch. So, jetzt hat er mal richtiges Gewicht drauf, ich glaub das sind ungefähr 180 bis 200 Kilo. Nice Junge. Der Junge zieht durch. Und wird zur Maschine. Veganern rede ich nicht, die sollen einen anderen Sport machen, das hat mit Bodybuilding nichts zu tun, aber mit Muskelaufbau. Die können zwar dünn aussehen und schlank sein, aber die werden niemals irgendwas mit Muskelaufbau hinkriegen. Dünn aussehen und schlappern. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind gerade beim Beintraining. Bjarne, wie geht's dir? Ich halte die Fresse. Der Typ ist so am Arsch. Ich fange jetzt auch langsam mal wieder an mit meinem Reha-Sport. Also es wird noch ein bisschen durchgezogen. Bjarne, kannst du noch stehen? Sieht kritisch aus. Komm, Bjarne, jetzt lauf die Treppen. Nach Beintraining. Ich sag's euch das Beste ist nach dem Beintraining. Echt nicht. So, Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause vom Training. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hab mal ein bisschen einen etwas anderen Schnitt ausprobiert. Ich hoffe, euch hat ein kleiner Einblick gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und schreibt einen Kommentar. Und natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut auch bei den nächsten Videos vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Video.